Franz? Ja, guten Tag. Entschuldigung, ich spreche mit der Familie Helmut hier vom Klausgarten. Wer ist denn da bitte? Entschuldigung, ich wohne in zwei Häuser weiter. Können Sie bitte dafür sorgen, dass es bei Ihnen im Haus mal irgendwie ein bisschen ruhiger zugeht? Ich habe die Nummer jetzt extra rausgesucht. Was? Ruhiger zugeht? Bei uns ist ja gar keiner, ist ja gar nicht laut. Das sagen Sie. Ich habe versucht, Ihnen das irgendwie deutlich zu machen, in meinem Spaziergang vorbei an Ihrem Haus. Aber keiner hat irgendwas mitbekommen, nichts gesehen von mir. Ich bin seit zwei Monaten hier und fühle mich einfach nur gestört von dieser Lautstärke. Können Sie es bitte einfach leiser machen? Was soll ich denn leiser machen? Ja, ich weiß nicht, was bei Ihnen da so laut ist. Bei mir ist es nicht laut irgendwie. Irgendwie, irgendeine Musik, irgendeine Komische Musik. Klingt wie Opernmusik und irgendwas Komisches, was hier da abspielen. Ich bitte Sie nur. Mumbai Police Head Constable Mumbai Police Head Constable की Lash के साथ करोडों रुपए भी मिले हैं.